Ich will noch mal eine Dekoration. Das können wir hier auch machen, komm, dann gehen wir noch mal kurz zurück in unser Allerheiligstes. Das können wir mal kurz machen. Ja, die tut mir voll leid. Achso, ne Quatsch, ich muss ja hier, das war jetzt hier, hier wartet man mal, hier wartet man den Beschwerden, ne? Genau, das wird entfernen, das ist der Beschwerden, ja, Beschwerden, sauber. So, Wanddekoration war auf jeden Fall. Dann können wir mal hier, äh, wir können gleich mal nach unseren fantastischen Tierwesen gucken. Hier ist Mondkalb, jetzt schmeißen wir ihn. Das machen wir vielleicht hier, hm. War nicht, aber, wenn nur damit wartet hier, ähm, so, ähm, damit wartet hier, äh, machen. Dann, war jetzt, ne, ja, jetzt, äh, ist man hier, weg, was sollen wir noch beschwimmen? Lass mal gucken. Aufträger, ich muss noch mal reingucken, ich kann mir nischt merken, ähm, achso, fünf Stück. Wunddekoration müssen wir noch einmal, ja, okay, ja, ja, okay. Ähm, Wanddekoration. Komm, nehmen wir hier die junge Frau. Komm, da können wir auch gleich zwei nebeneinander machen. Ich habe keine Ahnung, das hier könnte vielleicht ein bisschen hassend sein. Kleines bisschen. Einmal hier nochmal gucken. Einmal hier nochmal gucken. Einmal hier nochmal gucken. Ich mache jetzt einfach mal irgendwie, ne, damit es auf jeden Fall. Das stört mich, dass es nicht richtig mittig ist, als ihr. Äh, und Bodendekoration. Komm, der passt zu uns. Der Gold, ne. Den können wir hier vorschieben. Na, auch nicht richtig mittig, ne. Das nervt mich. Komm, wenigstens so wie eben. Gute Arbeit. Machen wir weiter. Na, aber. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es, ihnen beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile ihrer Möbel ganz nach ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. So, was war jetzt? Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Änderungszauber, okay. Änderungszauber. Änderungszauber. Änderungszauber Änderungszauber. Ach, vielleicht können wir jetzt, ähm... Lass mal gucken. Du. Der Ding können wir noch nicht pflanzen, ne? Äh, äh, pflanzen. Achso, den können wir nur verschieben, ne? Fahrbeinnehmen zum Beispiel. Uh! Komm mal raus. Ist aber nur aussehen verändern, ne? Ratschen. Ähm... Hm, ne, da gefällt mir das am besten. Farbe können wir hier noch ändern. Hör mal. Komm, machen wir alle jetzt so ein bisschen gelblich, Hufflepuff-mäßig. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Oh. Ist ja irgendwie so laut. Äh... Ich doch. Also, können wir den vielleicht ein bisschen mittiger stellen, ähm, dann passt es besser zu unserem Teppich. So. So. Kann man den Liebstuhl noch? 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 Oh, den kann man nicht ändern vom... Ach doch, dann habe ich... Oh. Vielleicht die Anzeige. Ne, das meinte ich nicht. Ich meine, eigentlich nur den Webstuhl. So. Allerdings können wir auch noch das ändern. Okay, äh, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Oh, ja. Ich will das hier. Ich will das. Botanische Decke. Oh, ja, ich will es. Mal schauen, was wir hier noch so alles machen können. Ein Zappchen hat sich das dann schon gemacht. Mal gucken. Mhm. 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 Okay. Ja, mega. Da bin ich echt gespannt. Ähm. Ja, genau. Wie war denn eure Woche eigentlich? Äh, meine Tische sind alle weiß. Achso, schön, schön, schön. Sehr gut. Hm? Was? Die Decke habe ich bei mir schon. Okay, cool, cool. Dann hast du wahrscheinlich schon irgendwas gemacht, dass du das, äh, machen kannst. Klar. So. Gucken wir mal. Knuddelmuff. Guck mal hier. Seines Viech. Dann, äh, ach ja, Zappchen. Ich kann dir denn heute mal was zeigen. Ja, wie sie gleich alle kommen. Ähm. Erstmal gibt's Futter. Erstmal Knuddelmuff futtern. Futter. Dann. Guck mal, wer da ankommt. Da kommt Niffla. Da ist Stiffla. Knuddelmuff. Mondkalb. Du auch. Niffla, Stiffla. Wer bist du hinten? Du bist Tiffla. Ich bin halt sehr kreativ in sowas, ne? Dann haben wir Tiffla. Und da hinten ist Sapchen. Hallo Sapchen. Hm. Hm. So. Ähm. 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 Wieso ist es bei denen nicht frei? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas noch nicht erledigt, ne? Ähm. Ähm. Ja, also die Woche, die war halb zu sehr angenehm. Komm Sapchen. Jetzt wird erst mal gekraust, ne? Jetzt wird erst mal gebürstet. Ich find das so süß, ne? Fällt sie um? Ja. Nee, doch nicht. Okay. Sapchen bleibt diesmal stehen. Und klaut die Bürste. Ähm. Nee, aber ich, 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 ich bin, äh. Mal schauen, ob, ob, ob der Tiffla macht. Ja, das hier. Das bin ich so süß. Wie es lacht und Geld verliert. Es ist so süß, ich krieg so viel Niedlichkeitsdiabetes. Das geht nicht. Das, das, das kann ich nicht machen. Ist so goldig. Ähm. Ähm. Ja, nee. Also die Woche war gut. Lass mal dafür. Äh, dazu. Die Woche war gut. Ähm. Ähm. Äh. Rufus hat sich gut benommen. Wohntalb. Ich hab dich doch gefüttert eigentlich. Ähm. Rufus hat sich gut benommen. Er hat sogar, äh, heute, da war ich sehr stolz auf ihn. Ähm. Sind wir an einer, äh, jungen Hündin vorbei. Und, was soll ich dir sagen? Er hat nichts gemacht. Er hat nur geguckt, so ein bisschen geschnuppert. Er hat gesagt, ach ja, okay, und ist weitergegangen. Nichts gesagt, nicht geknurrt, nicht mal ein Anzeichen gemacht, dass er irgendwie, äh, was sagen will. Also, war richtig toll. War ich richtig stolz auf ihn. Oh. Nein. Entschuldigung. Ich will dich nicht verändern. Du bist toll. Du bist gut, so wie du bist. Juhu. 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 und dreifach füttern ihr werdet dann auch richtig fit wie sie schon hinlicht und lacht wie sie schon freut stifler es ist so süß ich krieg so niedlichkeitsdiabetes ne ich sterbe das ist so wenn man halt so traufelige sachen hier so miterlebt wer hier so stirbt oder keine ahnung was da ist sowas richtig eine wohltat pflegen indefler kitzeln so lass mal schauen haben wir jetzt eigentlich alle erstmal gucken wir können hier interagieren pflegen ja ich kann gleich aufheben 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 wir haben jetzt glaube ich tiffler sapchen stifler püffler ich war sehr kreativ ähm uh braver ruf ja ganz fein heute gehen wir nochmal rüber und füttern die anderen pflegen und achja was ich jetzt noch sagen wollte ich wette irgendwann wenn es hier so richtung showdown geht ne wird irgendwas passieren dass unsere tierwesen hier überfallen werden ausgerobbt werden keine ahnung hat dass sie uns geklaut werden oder ich weiß es nicht ne irgendwas wo ich mir denke boah kackseuche wo man richtig wütend wird kann ich mir vorstellen weil man weil man sich die oh hallo weil man sich ja die fiecher ähm wirklich äh pflegt und weil man die liebt hat ja hallo hallo niffler ich ich will den unbedingt drüben haben aber drüben ist kein platz mehr so jetzt mal was zu futtern bitteschön du auch ich brauche unbedingt kein niffler ne also einen echten niffler ich glaube den fisch habe ich schon gefüttert so du wo hast du noch gar nichts zu knallen komm mal her warte 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 ja der takt und gehen wir mal hier durch so du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst so bei Jack bleibst du da so warte dir an schön gebürstet pflege pflege ist wichtig auch zu federn und so ja hallo du hast noch eine stehersen dann komm mal her wie sie alle kommen ich mach das voll und dann interagieren wir mal schau schau mal ob wir alle haben den haben wir noch nicht da gehen wir gleich mal hin hier haben wir den auch noch nicht den haben wir oben ja okay wir haben noch nicht alle drei auf jeden Fall noch du bist das okay und dahinten irgendwo wahrscheinlich der da ja 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 ich brauche auch einen echten nippler ja ist so also als stofftier ja auch cool aber ich brauche einen echten ne ja du bist auch so ein kleiner nippler und kleiner herzensliefer genauso wie sapien so ähm warte ich bin ja bei mir scheint alles gut zu laufen ausgelassene frames bei null prozent das ist gut und vielleicht mal aktualisieren meine noch passiert ja nicht viel ja ich will hier wurde letztens auch erweitert von mir ich möchte es noch mal so streicheln ich möchte die viecher auch selber nehmen können und streicheln das fehlt hier noch dieses vier auch den hier ist nur ein bisschen dünner ansofern ist er hübsch hat ein bisschen wie die federn feld federkleid also ich gehe trotzdem noch mal zu die oder warte mal ich bin erst dazu hier ich habe ein paar fragen zu veränderungen professor ja was kann ich mit änderungs zaubern bewirken mit dem änderungs zauber verändern sie das aussehen von beschworenen gegenständen sie können farbe muster oder stil ändern danke professor ich habe keine weiteren fragen ich bin hier falls sie noch was brauchen bestimmt irgendwann mal so sieht man gut da wir können jetzt mit ihm nicht mehr entdecken kann ich noch mal boden versuchen aber die wirken mir zu kalt also wahrscheinlich wäre das hier haffelpuff aber also weil naturverbunden aber das wirkt mir zu kalt deswegen geht bei mir gerade gar nicht okay bekomme ich nicht zum laufen bin dann auch nein ach mensch ja gut tut mir leid ja auf jeden fall trotzdem danke dass du kurz noch mal mit bei warst und ja mensch tut mir leid dass das du da jetzt so schwierigkeiten hast ich hoffe dass du dann bald wieder besser läuft hier könnten wir aber mal ich gucke mal nochmal ne 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 der soll schon da stehen bleiben ist nur stil abhängt durch kritisieren andocken und deaktivieren ne ok dann drücken wir mal ganz kurz was wir hier noch auftragsmäßig so ein bisschen nachholen können ach so das ist ja noch okay ändern den stil eines gegenstands ändern die größe eines gegenstands ach größe kann man auch verändern okay aber ich glaube wir machen jetzt erst mal für heute noch anderes der mika ist brauner drei stück mit mir tut mir leid für sapchen dass da jetzt so dass sie da so doof war dass ich ausmarken genau wir können ja mal zur suche nach hausmarken und demigeist gehen für den rest des tages heute wir haben heute ganz gut ein bisschen was geleistet so was wie so größe ändern und sowas alles so stil mäßig das mache ich glaube ich auf stream ne das mache ich dann privat so ich glaube wir haben nachts ne das sieht gut aus ein der mitgeist wissen wir ja wo der ist dessen box mit im bekleidungsgeschäft dass die aus mehr hopp auf nach 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 nach